Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid und heute geht es um die neuen Funktionen in Photoshop. Photoshop Version 22 bzw. Photoshop 2021, so heißt es offiziell, ist draußen und da gibt es viele neue Funktionen. Unter anderem gibt es die neue Funktion Himmel austauschen, das heißt auch in Photoshop kann man jetzt den Himmel ganz einfach austauschen, ohne großartig maskieren zu müssen. Das übernimmt alles das Programm selber, ähnlich also wie in Luminar und ich habe mir diese Funktion mal genauer angeschaut und wie mein Fazit ausfällt, seht ihr in dem folgenden Video. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung, lasst sie auf jeden Fall unten in den Kommentaren da und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit diesem Video. Ich bin drin im neuen Photoshop 2021, das ist also die neue Version und es gibt einiges, was hier wirklich auch neu ist. Im Gegensatz zu Lightroom sind hier tatsächlich einige neue Features mit dazu gekommen und über eins möchte ich heute ganz besonders sprechen, nämlich den Himmel kann man jetzt hier ganz einfach ersetzen. Und man kann auch vor allem in der Auswahl auch den Himmel ganz einfach auswählen. Ich meine, das ist die gleiche Technologie im Prinzip, ob man sie dann auswählt und dann noch ersetzt, ist eigentlich egal, aber zumindest kann man sie auch ganz einfach auswählen. Ich habe mir jetzt hier mal ein Beispiel rausgesucht, wo der Himmel eben nicht als Farbfläche einfach nur zu sehen ist, sondern wo hier so ein paar Äst und ein paar Blätter mit davor sind, wo wir hier viele kleine Flächen haben, wo der Himmel zu sehen ist und die ausgewählt werden müssen. Also das ist nicht ganz einfach, würde ich jetzt mal behaupten, wenn man es manuell machen würde. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie Photoshop das macht. Und zwar gehe ich hier oben einfach in das Auswahlmenü und jetzt ist hier in diesem Bereich, da kannte man ja vorher schon Farbbereich, den Fokusbereich und das Motiv. Das konnte man jetzt hier mal schon auswählen. Jetzt ist hier noch Himmel mit dazu gekommen. Und wenn ich jetzt hier einmal draufklicke, dann rechnet Photoshop kurz und dann wird hier der Himmel ausgewählt. Und du siehst, dass jetzt hier auch diese Auswahlkanten überall zwischen den Ästen und Blättern drin sind. Und jetzt würde ich doch gerne mal sehen, wie das Ganze dann wirklich am Ende funktioniert. Ich gehe mal hier auf die Korrekturenpalette und werde mir jetzt hier einfach mal eine Tonwertkorrektur anlegen. Und jetzt haben wir hier eine Tonwertkorrektur drin mit einer Ebenenmaske, die auf Basis dieser Auswahl, die wir gerade eben erstellt haben, dann erstellt wurde. Ich drücke jetzt hier einmal mit gedrückter Optionstaste oder bei Windows ist es die Alt-Taste einmal auf dieses Miniatur-Symbol hier. Und dann kann ich mir hier auch die Maske nochmal anzeigen lassen und ich sehe, dass das hier wirklich sehr gut ausgewählt wurde. Also selbst diese kleinsten Blätter hier, die wurden hier gut erkannt. Jetzt schauen wir uns doch einfach mal an, wenn wir jetzt hier die Gradationskurve mal runterstellen. Dafür klicke ich jetzt hier einmal nach vorne drauf. Dann kann ich hier nämlich mir die Gradationskurve anzeigen lassen. Ich dunke das Ganze jetzt einfach mal ein bisschen ab. Und was mir jetzt wichtig ist, ich gucke jetzt mal, ob hier irgendwelche hellen Kanten übrig bleiben. Das sieht jetzt auf den ersten Blick erstmal ziemlich gut aus, muss ich sagen. Also ich zoome jetzt hier mal weiter rein und gucke mal, ob jetzt hier noch irgendwelche Halo-Effekte entstehen. Aber das, muss ich sagen, sieht echt gut aus. Machen wir mal kurz einen Vorher-Nachher-Vergleich hier. Also das scheint gut zu funktionieren hier in Photoshop. Wenn ihr also euren Himmel nicht ersetzen wollt, sondern einfach nur bearbeiten wollt, wie jetzt hier in diesem Fall zum Beispiel ein bisschen dunkler machen, dann kann ich jetzt ganz einfach diesen Himmel hier über Auswahl und dann Himmel auswählen. Aber natürlich geht diese Technologie noch ein bisschen weiter und wir können auch den Himmel ersetzen. Ich werde jetzt hier diese Gradationskurve nochmal rausnehmen und dann gehe ich hier mal in das Bearbeiten-Menü rein und dann gibt es hier den neuen Filter bzw. den neuen Punkt, Menüpunkt Himmel austauschen. Und ja, ich bin so ein bisschen gespannt, wie das Thema ankommt bei euch. Das könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, denn natürlich, diese Technologie ist jetzt nicht wirklich neu, sondern die gibt es bei Skyrim, bei Lumina schon ein bisschen länger. Und die wird ja sehr zwiespältig diskutiert, sagen wir es mal so. Sie wird zwiespältig diskutiert. Es gibt viele Leute, die finden das ganz gut. Es gibt aber auch ganz, ganz viele Leute, die sagen, was hat das mit Fotografie zu tun? Das ist ja dann keine Fotografie mehr, das ist alles nur noch Fake. Und gerade als Landschaftsfotograf möchte man ja rausgehen und seine Bilder auch selber machen, keine Fake-Bilder erstellen, weil man möchte den Moment ja auch genießen. Man möchte sich an den wahren Moment erinnern und man möchte ja vor allem auch stolz auf seine Arbeit sein. Man möchte ja nach Möglichkeiten mehrmals rausgehen an einen Spot und den perfekten Moment abpassen. Und genauso denke ich eigentlich auch. Also ich ersetze eigentlich in meinen Bildern auch keine Himmel, gerade wenn es um Portfolio-Shots und so weiter geht. Und es gab mal ein, zweimal eine Auftragsarbeit, wo ich mal einen Himmel ersetzt habe, weil da halt das Wetter nicht gut war und weil wir nur ein kleines Budget hatten. Aber ansonsten bin ich auch kein großer Freund davon. Ich zeige natürlich immer gerne alle Funktionen eines Programms, wenn sie neu raus sind, hier auch auf diesem Kanal. Heißt aber nicht, dass ich alles davon selber nutze. Und genauso ist es halt auch mit dem Himmel-Ersetzen-Tool. Das habe ich in Skylum eigentlich auch nicht wirklich selber für meine Fotos benutzt, bis auf ein, zwei Ausnahmen, wie gesagt. Aber ansonsten kann ich die Argumentation durchaus verstehen von anderen Fotografen. Und da gibt es ja diese ganze Diskussion, zerstört AI so ein bisschen jetzt die eigentliche Fotografie. Jetzt hat Photoshop bzw. Adobe nachgezogen. Also jetzt ist Skylum bzw. Luminar nicht mehr alleine mit diesem Feature. Bedeutet natürlich auch irgendwo, dass die Konkurrenz so ein bisschen auf Luminar und Skylum guckt. Und da entsprechend jetzt auch reagiert und nachzieht. Jetzt bin ich nur mal gespannt, ob diese Diskussion jetzt auch auf Adobe quasi umschlägt. Ob da jetzt auch gesagt wird, ja wie kann Adobe nur oder ob das da jetzt ja vielleicht eine andere Diskussionskultur wird. Bin ich sehr gespannt drauf. Ihr könnt das gerne auch in die Kommentare posten, was eure Meinung dazu ist. Gerade die Leute, die das bei Skylum jetzt so ein bisschen verteufelt haben quasi immer oder immer gesagt haben, ja das ist nicht gut. Bin ich sehr gespannt, ob die jetzt auch zu Adobe sagen, dass es nicht gut ist und dann vielleicht auch Adobe nicht mehr verwenden. Interessantes Thema auf jeden Fall. Also ihr seht schon, ich habe da selber auch natürlich eine Meinung zu. Aber ich sage immer so, man muss es ja selber nicht nutzen, klar. Aber es wird natürlich alles sehr viel einfacher gemacht. Und ja, da kann man zustehen, wie man möchte. Ich bin sehr gespannt, wo es noch hinführt, ehrlich gesagt. Aber gut, schauen wir uns das Ganze jetzt hier erstmal an. Ich bin jetzt ein bisschen vom Thema abgeschweift. Wir können jetzt hier den Himmel austauschen. Es gibt jetzt hier vorgefertigte Himmel, blaue Himmel zum Beispiel. Da kann ich jetzt einfach aufklicken. Also das ist ähnlich wie in Lumina auch. Da hat man hier so eine Himmelsbibliothek, aus denen man auswählen kann. Da kann man jetzt hier mal draufklicken und sich anschauen, wie diese Himmel aussehen. Ich muss sagen, es ist immer so ein bisschen natürlich eine Sache. Man muss gucken, wo kommt das Licht her. Also man kann jetzt nicht jeden Himmel hier verwenden. In meinem Fall jetzt hier ist die Sonne noch nicht richtig aufgegangen. Also es ist ein sehr diffuses Licht noch zum Sonnenaufgang. Deswegen kann man hier eigentlich relativ viel Himmel benutzen. Aber man sieht natürlich, wenn ich jetzt hier mal so ein bisschen gucke, hier wird der Berg angestrahlt. Das heißt, die Sonne kam quasi hier von links rein. Und da muss man dann natürlich immer so ein bisschen gucken, wenn man sich Himmel aussucht, dass man da dann auch das Richtige nimmt und das auch entsprechend gut aussieht. So, jetzt können wir hier mal gucken. Sonnenuntergänge, ob man hier mal sowas in die Richtung nimmt. Ne, das passt nicht so ganz. Wir haben jetzt hier verschiedene Ordner drin, Sonnenuntergänge. Hier haben wir noch Himmel drin, die nennen sich spektakulär. Auch ganz cool. Schauen wir mal, was dieser Himmel hier bringt. Ja, sowas zum Beispiel sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt können wir hier noch sagen, Kante verschieben. Das heißt, wir können hier die Pixel noch ein bisschen rein und raus schieben. Ich kann hier die Helligkeit noch von dem Himmel anpassen. Das würde ich jetzt hier auch mal tun an der Stelle. Also das Ganze ein bisschen heller machen. Ich kann die Temperatur hier noch ein bisschen anpassen. Ich möchte es eher ein bisschen mehr ins Warme noch ziehen oder ins Kühle. Ich kann den Himmel noch skalieren. Ich kann ihn natürlich auch spiegeln. Also wenn ich jetzt einen Himmel habe, wo die Sonne hier untergeht oder aufgeht und ich eigentlich ihn auf der anderen Seite bräuchte, den Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, dann kann ich den Himmel auch einfach spiegeln. Und ich kann hier auch noch den Vordergrund korrigieren. Ich kann also hier auch noch die Beleuchtungsanpassung machen. Wenn ich das jetzt hier mal ein bisschen doller oder weniger doll mache, dann siehst du hier den Unterschied. Ich kann auch hier die Farbkorrektur noch einstellen. Also wie doll soll die Farbe von dem Himmel quasi in den Vordergrund mit übernommen werden? Das ist ja auch mal so eine Frage. Und das Ganze kann ich dann auch ausgeben in neue Ebenen. So, schauen wir doch einfach mal, wie das Ganze aussieht. Wenn ich jetzt hier einmal auf OK klicke, dann wird hier ein neuer Ordner erstellt. Und da gibt es dann mehrere Ebenen. Also zum einen gibt es eine Ebene Vordergrundfarbe. Dann wird hier der Himmel selber erstellt. Der kriegt diese Maske. Das ist jetzt im Endeffekt die gleiche Auswahl, wie auch vorhin ich dir gezeigt habe. Hier über Auswahl. Das ist die gleiche Technologie. Dann gibt es hier nochmal Vordergrundbeleuchtung. Sieht man auch nochmal sehr, sehr schön. Und dann gibt es jetzt hier noch Temperatur des Himmels und Helligkeit des Himmels. Also diese Einstellungen, die werden halt alle als eigene Einstellungsebene hier übernommen. Und ich kann später auch theoretisch hier wieder reingehen und das noch verändern. Aber wenn ich jetzt hier diesen Ohrner mal schließe, so sah es vorher aus, so sieht es danach aus. Das ist jetzt hier der ausgetauschte Himmel. Also diese Möglichkeit gibt es jetzt, wie gesagt, auch in Photoshop. Was hier fehlt und das war ja auch bei Lumina immer ein großer Kritikpunkt. Wenn ich jetzt hier so eine Spiegelung drin habe, dann wird dieser Himmel natürlich nicht aufs Wasser gespiegelt. Das heißt, das müsste man jetzt noch manuell machen. Da hat ja zum Beispiel Skylum angekündigt, dass das jetzt in der neuen Lumina-Version dann auch mit übernommen wird. Also da wird auch die Spiegelung automatisch eingefügt. Aber wie gesagt, ich bin, wie gesagt, sowieso kein großer Freund von Himmel austauschen. Die Möglichkeit gibt es jetzt, wie gesagt, auch in Photoshop und das wollte ich euch in diesem Video hier einmal zeigen. Also die Möglichkeit ist jetzt vorhanden und ich würde mich wirklich sehr darüber freuen, wenn wir in den Kommentaren gesittet über das Thema diskutieren würden, wie ihr das findet, was ihr davon haltet, ob ihr das gut findet, ob ihr das weniger gut findet. Es ist auf jeden Fall eine Arbeitserleichterung. Die Frage ist, ist das positiv oder eben nicht? Das ist also die neue Funktion in Photoshop. Den Himmel kann man jetzt ganz einfach ersetzen. Wie gesagt, der Weg, den Adobe da geht, das ist der Weg, den auch Skylum gegangen ist. Ich bin sehr gespannt, wie da die Reaktion von der Foto-Community drauf ist auf diesen Filter. Denn bei Skylum gab es ja da sehr gemischte Gefühle. Und ich bin mal gespannt, ob das bei Adobe ähnlich abläuft oder nicht. Aber wie gesagt, das habe ich in dem Video ja schon gesagt. Poste mir, wie gesagt, gerne deine Meinung unten in die Kommentare. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Und natürlich kannst du auch den Kanal abonnieren, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst und mir auch auf Instagram folgen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und du kannst natürlich auch mal auf meinem Online-Store vorbeischauen, denn dort gibt es Videotrainings zum Thema Photoshop, zum Thema Lightroom und vieles, vieles mehr. Also, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.